Hallo und willkommen zurück bei Atomic Heart. Ich habe auch mal ein bisschen rumgeguckt. Oh, guck mal da. Warte, ich muss mal gerade gucken, von wo die Kamera angesteuert wird. Ich habe mal nach den Achievements geguckt. Also ich bin der Meinung, dass die nicht alle richtig getrackt werden. Manche schon, manche nicht. Denn ich kann mich daran erinnern, dass ich eine Sache davon auf jeden Fall schon gemacht habe. Und da habe ich erst eins von irgendwas. Andere Sachen, da wird hier unten zwar immer eins von irgendwas angezeigt, ist aber tatsächlich schon neun von irgendwas. Also bei manches, manche Sachen sind halt komisch. Aber es gibt sehr viele Achievements. Ich werde wahrscheinlich nicht alle machen. Die muss ich mit dem Guide machen. So, aber ich will auf jeden Fall ins Testgelände 6 jetzt rein. Da liegt auch noch ein Toter, oder? Da müssen wir auch noch hin. Wir müssen sowieso mit allen Toten reden, wenn man alle Achievements machen will. So, wir holen uns die hier. Und dann einmal bitte öffnen. Vielen Dank. So, runter hier. Sollen wir da mal gerade kurz rüber gehen? Es gibt auch drei tote Tiere, mit denen man reden kann. Und vielleicht haben wir das erste hier gefunden. Zitat 17. Die Kuh gehört zur Gattung der Hausrinder. Am einen Ende ist Mu, am anderen Milch. Ah, okay. Und was ist jetzt dieser Mist? Kuhmist, Genosse Major. Wie du siehst, ist das eine Kuh. Zitat 3. Nichts ist schlimmer, als an dem Abend allein zu sein, an dem die Kuh explodiert ist. Keen Duns. Offenbar hat das neuronale Netz sie ein System angeschlossen und liefert jetzt kulturelle Informationen zu Kühen. Und das Tier gibt sie weiter. Was meinst du mit gibt sie weiter? Über Funk oder was? Zitat 95. Für den einen ist die Wissenschaft eine erhabene Göttin. Für den anderen ist sie eine Kuh, die ihm Butter liefert. Friedrich Filler. Okay, ich habe keine Ahnung, wer dieser Filler ist, aber dieser Rinderbraten kennt ihn wohl. Also wenn das nicht der Beweis dafür ist, wie großartig das Kollektiv ist, dann weiß ich auch nicht, Major. Zitat 1. Auch wenn man eine Kuh mit Schokolade füttert, gibt sie keinen Kakao. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt eklig oder genial ist, aber ich habe jedenfalls genug. Ah, der war cool. Eine sprechende Kuh. Der nächste Safe Raum. Aber wir müssen da noch wieder rüber gehen. Aber ich nehme die immer mit, ne? Ich weiß nicht, warum. Aber mittlerweile habe ich, glaube ich, raus lang genug zu warten, weil man sieht ja, solange da das Symbol ist, solange kann man da was raussaugen. Und das machen wir auch, ne? Wir saugen so lang, bis das weg ist. Hauptsache rausgesaugt. Das sind halt hier die Meistersauger, ne? Woran habt ihr denn jetzt wieder gedacht, ihr Perversen? So. Moin. Vielen Dank. können wir so mal hier so schön hinsetzen ach guck mal das verbraucht energie dieselbe energie wie die knarre hier das ist natürlich nicht so geil das heißt wir brauchen unbedingt den energiesauger bei der empie stark ist aber davon mit den schock und das dingen noch so ein verlies das ist ein testgelände major hier sollte es waffen geben testgelände verließ kein großer unterschied wir sollten das zeug finden und abhauen das ist der plan links oder rechts links alles raus nuckeln ja schon raus nuckel ist raus so und die nächste moin so hier noch einer ich habe schon gesagt dass ich das luten ziemlich cool finde wahrscheinlich es dauert ein bisschen länger als bei manchen anderen spielen aber es ist cool der kühnen wissenschaftler von anlage 38 26 kennen keine grenzen sie fragen sich wie kann ich das leben eines sowjetbürgers im weltraum so angenehm so angenehm wie möglich gestalten worauf kommt es an damit sich ein aufenthalt außerhalb der erdatmosphäre normal für ihn anfühlt ein solches experiment lässt sich hier in testgelände 6 beobachten wird es künftigen raumfahrenden generationen möglich sein sich in schwerelosigkeit filmen anzusehen die antwort lautet natürlich für einen sowjetbürger ist nichts unmöglich also da ist der nächste durchgang tatsächlich was passiert denn wenn ich hier drehe da ist auf jeden fall ein schloss den magnet kann ich nicht umpolen aber was ist denn da unten oder moment ich habe ja auch hier noch dr da da ihm w die ja du w w w W w Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hmm Hmm Irgendwas kann ich hier mit dem Magnet machen Also die war ja eigentlich so, wenn du die anlaserst, kannst du die umholen, aber... Oh 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 Oh, okay. so das heißt jetzt muss ich die türe nach schräg kriegen also der muss so sein so hoch bin einfach daneben gesprungen also jetzt muss ich die noch mal so drehen gucken wir mal also die tür muss nach da so den muss ich jetzt noch dreimal drehen so also müsste das ja rein logisch muss ich jetzt noch einmal den nur den einen drehen und dann alle zusammen oder weil jetzt ist die tür durch wir haben den einen weiter gedreht also müssten wir die jetzt drehen oder nicht hallo so ich habe jetzt nicht geguckt aber es ja das sieht gut aus so so Das war's. Gehen wir zuerst da oder da lang? Ich würde sagen, wir gehen mal hier gucken. Hier ist die Dead End. Okay. Dann natürlich andersrum. So, wir haben da einen Weg. Hier geht's noch nach oben. Wenn das nicht Genosse Plündertschoff ist. Du wirkst bedrückt. Stimmt etwas nicht? Ja, ich hab nur das Gefühl, als hätte ich einen bösen Traum gehabt. Und dieser Typ war da. Reiß dich zusammen. Du hast lange nicht mehr geschlafen, Major. Ich hab das Gefühl, als würde ich jetzt gerade schlafen. Und einen Albtraum erleben. Das ist kein Albtraum. Es ist eine Illusion. Dass die hier immer noch angezeigt werden, dass da Loot drin ist. Ärgerlich. Aber da hinten scheint noch irgendwas zu sein. Ach, moin. Dass sie auch immer Cartoons laufen haben. Drei, fünf, zwei, vier. Die Turbine dient sowohl als eine Schwarmanlage für WSP-9-Gruppen, als auch als Aktor für den Generator, der das mechanische Personal des Testgeländes mit Energie versorgt. Elendes Stück Scheiße. Licht aus. Also hier war ja die Masse Telekinete, äh, Massentelekinese richtig stark. Ab ins Loch. Gibt's auch schönen Supraleiter. Sehr gut. Schön die wertvollen Ressourcen. Oh, was ist denn mit dem los? Da war wieder so ein Schläuchlein. Ob die später bei uns auch noch, äh, kommen? Oh, was ist denn mit dem? 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 stehen also immer so sachen komme ich gar nicht hoch aber das auch kein durchgang wenn ich das richtig sehe ja der ist gesperrt die planungsabteilung von testgelände 6 ist zuständig für erstens lösungsfindungen für den bau und die unterstützung zukünftiger testwerkstätten zweitens erstellung von bauplänen für sanierungen zweitens erstellung von design spezifikationen und kostenvoranschlägen für bauvorhaben und viertens aufstellung von planungsbezogenen leistungsbeschreibungen das ist ein glas ach guck mal hier könnte man dann klettern und rüber gehen wenn das ding nicht wär genauso wie hier könnte man klettern da könnte man klettern ok 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 so hier ist nichts und hier war das gitter ist zu anscheinend kann man aber an den lang klettern aber nicht so rum sondern eher hoch ok hätte man über den sound gekonnt oder daher wäre man da hingekommen so hier das bringt uns hier nichts und was mit unten auch nicht da wäre da hinten theoretisch aber frei wir gucken ja erstmal so wenn wir den das nächste mal das haben wir eben nicht gemacht dann haben wir ja eine drehung durch ja hier ist nichts denn dann drehen wir mal wieder zurück so bevor wir da drauf gehen nur mal kurz unten ich weiß halt noch nicht wofür die da sind hier ist ja gar nichts war doch da aber könnte ich nicht da drauf und dann darüber springen oder hat mich ja nicht da hoch klettern lassen ach guck mal hier da 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 ach sieh an da 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 so morgen jetzt müssen wir aber hier hoch kommen das ist jetzt die der nächste trick ach so der dreht das gesamte teil also wir müssen hier hoch ich gucke mir die grenzen noch mal ein bisschen an ich mache es mal so dass wir den nach oben machen und jetzt drehen wir so gut haben wir geschafft sonst haben wir hier nichts dann gehen wir schnell weiter aus diesem komischen raum also der war irgendwie schneller vorbei haben wir denn jetzt alles die sind nicht abgehakt schneeballbohrer habe ich jetzt nicht dabei aber hier war auch irgendwas bei dem autorisierung nein nicht bauen verbesserung bei dem war doch auch irgendwas die nummer sechs hier haben wir alle ok ja den könnten jetzt installieren gehen wir aber erst mal raus ohne karte fürs gesamte gebiet ich muss gucken wo der zwölfer ist vielleicht hat ja die karte schon geklappt weiß ja vorher nicht so ich würde sagen dann gehen wir jetzt mal zur mission machen die mission mal wo wäre denn der zwölfer da wäre das neuner ich kann natürlich auch alle testgelände zuerst machen der zwölfer ist hier ganz hinten ich will ja auch wissen was das hier bringt so das ist die wartungstaste für den habicht wofür ist die gut sie bringt den habicht zur landung damit er von einem techniker gewartet werden kann wie lange muss er dafür am boden bleiben nicht lange wenn es zu keinem kontakt mit einem techniker kommt dann müssen wir schnell sein was hast du vor ich werde eine runde auf dem habe ich drehen um einen besseren überblick zu bekommen vielleicht sehe ich ja was da kann man einfach drauf gehen jetzt oder was so drücke leert hast und weh um in der nähe eines rohres jedes gut und was mache ich jetzt mich an dieses ding hängen gut festhalten habe ich dir sind nicht für die personen beförderung ausgelegt okay und jetzt ach guck mal da kann ich da rein also ich kann jetzt hier runter darunter mal guck mal da könnte ich hier in den park da kommt mir so nicht rein rein da interessante tatsache aus der vogelperspektive kannst du sehen dass das gras im park in der form eines friedlichen atoms angepflanzt wurde aus der vogelperspektive hier liegt was hier ist so ein eingang warum steht hier gotter der arbeit ich dachte götter und religion sind in der soviat union verpönt opium fürs volk ist verpönt aber es gibt götter und es gibt götter prometheus beispielsweise den gottes feuer aus der licht und wärme gebracht hat prometheus war ein titan kein gott hey vorsicht ja was ist ein gott jemand der einen beschützt der einem beibringt wie man leben soll der weiser und klüger ist als alle anderen in der sowjetunion sind wir die götter jeder der sich für das wohl anderer einsetzt der neues wissen in die welt bringt der mensch der wissenschaft und arbeit ist der neue gott der erde homo futurum danke vergiss nicht wieder deine kamera nächste frage hauptsache jetzt ist das tor auf ich speichere erstmal und beende die folge und machen das in der nächsten folge weil das ding heißt arena das ist ein riesengebiet das sieht wie ein boss fight aus kann natürlich sein dass jetzt nichts passiert aber es sieht zumindest so aus sicher ist sicher und deshalb bis zum nächsten mal ciao